Und wollte gerade drüber sprachen, willkommen zu E-Tournel. So. Na, die Sonne sollte funktionieren. Warum sind die Auto-Sales über den eigentlichen Safe-Games? Oh Gott. Oh mein Gott. Ähm. Hier kommen wir nicht drüber. Wer denn? Was? Nein. Oh fuck. Mann, ich wollte... Na, schau. Fuck deine Oma. Wollt ihr Super-Shotgun greifen? Warum haben wir auch noch die Auto-Shotgun? Hallo? Ich schliff mein Leben. Und zwar im Treffviertel-Takt. Wo geht die Treppe? Wo geht die Treppe? Ach, nimmst du? Ich bin Arsch. Und nochmal neu laden. Also wahrscheinlich eine andere Richtung. Ähm. Gibt's hier... Hä? Es gab hier gerade eine Treppe. Da. Ach du Gott, Alter. Leck mich doch. Was schade denn die Treppe? Warum sehe ich sie von hier aus, aber von hier aus nicht? Wow. Oh man, 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 oh man. Ähm. Gut. Super Treppe. Ja, mal Zeit. Da. Du. Ich hab auch echt die Waffe da, aber auch echt Kilo kriegst du da. Oh, jetzt fach ich die Kilo. So, jetzt die richtige Waffe hier schnappen. Geht doch. Gott, dammit. Ja, unser Freundster ist natürlich tot. Der war keiner als Unterstützung. Hä? Wieso hab ich das gewechselt? Och, Mann, leck mich doch einmal fett. Ich hab doch gerade gar keine Taste gedrückt, oder kann ich gerade noch ein Scrollrad? Ach, ich bin dumm. Wer macht denn sowas? Wow. Der Typ verdient doch eigentlich zu sterben, Alter. Der hat keine Ahnung, wie man ausweicht. Das ist schon wieder ein Level, ey. Boah, das geht mir jetzt schon wieder ans Nervenkostüm. Na, komm mal her. Kommt an, Mädel. Hallo, ich bin hier. Bevor ich runterfalle. Wisst ihr was? Apropos runterfall. Mann. Ich werd erstmal ein bisschen speichern hier. Ja. So. Ja, wow. Speichern und ist nicht schlecht die Idee. Nein. Runterfall ist auch nicht schlecht die Idee. Das hier auch immer so glibschig ist, Alter. Das ist doch hier Gestein und kein, 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 kein Glatteis. Lockt drauf an. Who are you? Where are you? Where you come from? Hello, motherfucker. Ach da. Boom, Headshot. Killing Screen. Running wild. Okay, ist ja gut jetzt. Ähm, gut, dann haben wir da hinten noch ein paar Imps rumzufliegen. Erstmal schon nachladen hier. So, jetzt kann ich auch das Ding hier aufnehmen. Bam. Bam, so ungefähr. Okay, und jetzt hier, äh. Wollte ich das nicht runterfallen. Alle weg, alle weg. In die Blue Key. Alter, ich kiene gleich mal ein. Also hier kommen wir nicht weiter. Müssen wir hier über die Flammen rauflaufen? Ich speichere mal ganz kurz. Nein. Oh. Moment mal, ist das ein Fahrstuhl? Gibt's ja gerne mal solche Dinge, dass wenn man hier rüberläuft, das Ding dann hochgeht. Hä? Äh, ernsthaft jetzt? Leute, das ist nur eine unsichtbare Treppe. Wollt ihr mich verarschen? Wer kommt denn aus dem Müll? Da erinnert mich gerade an, 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 ähm... Afriks und Obelix, dabei, wo die da Rom, äh, hier, äh, wo sie da, hier die Götter von Rom entfernen sollen, wo sie da über die, mal wo sie da diese Aufgaben meistern müssen, um als Götter zu gelten, also als wahre Götter. Wo sie da auch über, die eine Klippe da, über dieses transparente Seil da, äh, latschen müssen. Ja gut. Okay, da können wir nicht weiter. Das sieht doch schon wieder aus wie so eine Kriegfalle. Ach, lädt mich doch. Wow, das war voll ein Ding. Danke dafür. Oh, wow, 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 wow. Hallo? Hallo? Nein! Oh, wow. Kann ich raus? Ja, ich kann raus. Mann! Natürlich wieder die Clips aufgenommen. War natürlich klar. Du scheiß Arsch. Du Arsch. Ich hau deine Mutter. Okay. Fuck off. Hä, was soll ich da... Boah, Alter, ich krieg meine Macke. Überall nehme ich irgendwas auf. Das will ich... Äh, jetzt habe ich... So, ganz vorsichtig rausgehen. Bam. Easy. Ertrap an. Arschloch. Für den nehme ich mal hier die große. Boom, Headshot, Killing Screen. Warum sag ich denn eigentlich die ganze Zeit? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, das kriegt cool. Kommt jetzt noch mehr, oder? Ach ja, jetzt kommt er. No. Ähm. Ich krieg den Wurm, Alter. Da, 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 da wirst du bekloppt von. Jetzt kommt er zu mir. Wobei sie eigentlich noch besser. So, easy. Alter, da hieß so viel Scheiße, was du aufs... Outwatch aufsammelst. Hallo? Hallo. Hallo? 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 Ach so. Stimmt, der Blau war ja da bei dem komischen Fahrstuhl da. Ähm. We are America. Boom, Headshot. Boom. Ach so, okay, lol. Fahrstuhl im Fahrstuhl. Interessant. Ähm. Hier ist es genau was? Hä? Hä? Willi, Nigger? Ach, lol. Äh, man... Man kann sich aber echt hier beim Verstecken ein bisschen übertreibenderweise blöd anstellen, oder? Was hat der Schalter jetzt gemacht? Hat er hier jetzt irgendwas geöffnet? Nee, da war ein Bruder Karte. Das hat sich also wahrscheinlich nicht geöffnet. Nee, hat es doch nicht. Gut, das heißt. Die Frage, sollen wir hier runterfallen? Geht's unten weiter? Man sieht aber auch nichts. Jetzt wird zwar für dieses Spotlight geil, aber das wäre halt cheat, ne? Weil Spotlight gibt's halt in der Realität nicht. Ausland hat ein Laser, aber ein Laser ist nicht wirklich da, um etwas zu erkennen. Das ist sowieso ein Teleporter. Vielleicht sollen wir doch runter. Geronimo! Hallo? Wow. Okay, ich glaube, wir sind doch nicht runter. Zumindest sind wir immer wieder hochgescheucht. Aber hier gibt's Boni. Ist das ein anderer Teleporter? Sind wir auf der... Also... Ich glaube, wir sind auf der anderen Seite. Wo alt ich mich hat, so verwirrt. Genau, das war die Seite, wo wir gerade eben zuerst waren. Die Frage ist, gibt's hier was? Außer Boni und diverse... Andere Sachen. Okay, geht's nicht weiter. Ach, da oben ist... Da ist auch schon wieder so ein transparenter Weg, kann das sein? Hä, aber das Fenster habe ich noch vorhin versucht, abzuschießen. Okay, wir gehen nochmal mal rauf hier. Ähm, so bumm. Wo war das jetzt? Da war das. Das Fenster habe ich noch vorhin versucht, durchzuschießen. Ja, geht nicht. Nope. Keine Reaction. Ne, vielleicht sind sie da die noch später. Mal gucken. Gut, heißt also, auf der Seite gab's schon mal nicht. Dann gehen wir mal zur anderen Seite. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Trab an, Mädel, Trab an, Mädel. Da hinten. Digga, wie soll ich dabei schießen? Ich seh den Buffer, der nicht mal. Arschloch. Digga, ist noch einer? Ich hab's euch alle. Noch mehr? Oh. Ja, hier ist die Treppe. Lappe, Lappe. Komm, lieber her. Wow, voll reingerollt. Das war jetzt schon fast traurig. Ähm. Okay, ich schätze mal, wir sollen hier rein. Wow, 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 wow. Komm her. Mädel, Trab an. Kann ich nicht hin? Ach, leck mich doch. Ja, komm, mach her. Ja, komm, mach her. Willst du spechern? Hehehe. Ich glaub mal, ja. Ach. Ich seh nichts. Also hochkommt tut man schon mal. Ja, komm, mach her. Boah, Alter, man sieht einfach nichts mehr. Es ist so scheiße... Oh. Es ist hier drin so scheiße dunkel und drauf so scheiße hell. Noch einer. Oh mein Gott. Boah, war doch klar, Mann, ich hab die... Ja, Mann. Jetzt aber sich auf 50 Sachen gleichzeitig konzentriert, wenn man nichts sieht. Normalerweise erkennt man sowas aus dem Augenwinkel, ja? Gibt aber nicht, wenn der Augenwinkel dunkel ist. Ich hör von beiden Seiten schon wieder was. Aber ist da was hier? Ähm, okay, keiner reagiert. Äh, auch nicht. Boah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, wow, da ist einer. Ah, was zur Hölle, was, was ist denn los? Alter, kann ich doch was treffen? Ach, leck mich doch. Boah, wie der ganz am Anfang hier. Meine Güte, da kriegst du aber auch echt Aggression hier. So, wo war's diese scheiß Tür? Hier, direkt, direkt Geld bei mir. Türfalt. Boah. Das ist aggressiv, wirklich. Das ist doch. Klar, das ist mir nah. Da ist auch noch einer. Arschloch. Ach, leck mich doch. Ja, ist eine Doppelfalle. Und hier kommt gleich, da kommen gleich die ganzen Lost Souls raus. War es jetzt schon wieder aufgegangen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da sieht der aber auch so scheiße was. Hallo? Was hat sich geöffnet? Ah. Okay, das ist ein Secret. Das war aber nicht das, was sich jetzt gerade geöffnet hat. Okay, man kommt auch wieder raus. Interessant. Ah, lol. Okay. Okay, die Worte sind nicht durchschießbar. Da ist ein Schalter. Ich lasse die erstmal. Mal gucken. Da ist schon wieder hier. Boah. Man sieht aber auch nichts. Gut, ich kümmere mich erstmal um die Lost Souls hier. Nee, aber nicht. Keine Minigun. Meine Güte, ja, da ist aber echt. Ist kein Secret. Angweilig. Ist aber auch echt unattraktiv, ey. Ihr kleinen Bitches. Okay. Wo geht es hier weiter, wenn es hier weiter geht? Hahaha. Ähm, was kommt da jetzt? Egal, ich schaue einfach mal durch hier. Äh. Achso, pluspunktlich. Äh, oder auch nicht? Hier wollte ich was verarschen, Alter. Arschlo, habt ihr es davon? Noch mehr? Nein. Ach, komm hier. Halt damit. Äh, halt. Wollte, hier verlierst du doch so oft. So? Oh, nö. Hier verlierst du doch echt die Orientierung. Egal, das Level ist aber echt hier nur was für, ähm, Leute, die auch so normal so stehen. Wie soll ich jetzt? Wie soll ich das? Wie soll ich das? Ah, nö. Ah, nö. Oh. Oh. Ja, komm, können wir aufnehmen. Noch eine Warte? Ach, wow, lol. Na gut, das ist bei der anderen Seite wahrscheinlich genauso. Na, na. Ups, hier ist ein Tele... Protter? Ah, lol. Hä? Boah, Alter. Ey, du verlierst hier komplett die Orientierung. Goddammit. Also, nochmal, wir waren gerade... Wo waren wir jetzt gerade? Ach, genau. Okay, also, das ist der Teleporter. Er schickt uns dahin. Da ist nichts, da ist nichts und da geht's wieder... Nein. Hä? Ach, da war kein Teleporter. Deswegen kam ich gerade durcheinander. Leck mich doch. Alter, das Spiel macht mich echt nicht mehr. So, hier bekommen wir ein bisschen Moni, das ist ganz geil. Und hier immer ein paar Freunde. So ist der Schalter? Da ist der Schalter. Man, das viele positioniert schon wieder so viele rein. Ich hab keinen Bock mehr. Woa, 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 woa. Woa, woa, woa. Nichts, nicht. Okay, wir müssen hier noch. Wie. Der Charakter putzig dann hier alles rein. auch der typ ja der typ betrifft sich stelle zwischen diesen bedingern oben boah man rief aber stopp ausländen alter kriegst du echt eine manne aber da hinten ist was weißes da brauche ich mal das ding hier noch mehr was hat was gehört oh leute aber was habe ich gerade gehört ich hier war doch irgendwas ist in der ferne passiert so mittlerweile wird doch das ding hier genehm aufgrund des eher behinderten hinterhalts hier hat sich hier gerade etwas geöffnet aufs suchen habe ich das kein bock die gehen einfach mal hier schon fängt er wieder an sich zu teleportieren das gibt es doch nicht so ist es wieder an der oberfläche hier an den also nicht aber also hier bei dem wasserhalt aber wir runtergelaufen sind bei die treppe okay was auch leck mich doch ernsthaft jetzt so kann ich sehe schon dafür karte mal gucken ob wir da auch durch können wo wo hallo 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 ok hallo 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 was zur hölle willst du mich verarschen gut die blaue rüstung käme ich mir aber trotzdem erst mal auf hallo hier kommen wir nicht doch über den teleporter kommen wir hoch wir haben nämlich jetzt eine rote karte bekommen mit mit der roten karte kommen wir das war da durch die türen nein ich hasse dich so sehr wo ist der teleporter da hallo bevor wir hier noch zwanzigmal runterfallen so ok Geronimo wo wo ähm hä das glas äh und kann ich stoppen äh äh ähm komm mal hier hä hä boah boah da ist der nicht schon wieder los are you fucking kidding me ähm Frage ist wie kommt der hier wieder raus ah lol ok ok nice gefällt mir ähm bitte was wow boah was ähm ok 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 der raum erinnert mich unglaublich grad an half life die frage ist die frage ist was mach ich jetzt hier sieht aus wie ein waschersalon ok man kommt hier hoch ich weiß aber nicht ob das so gedacht ist eigentlich ist eigentlich ist ja ich weiß nicht ah es wäre doom eternal klettern und kriechen erlaubt ähm wow ist das ein schalter äh äh irgendwas hast du geöffnet wow 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 na ja wo denn wow man das war ja mal wieder richtig verkantiert ah goddamit ich weiß nicht die autoshot kann weg ganz ehrlich die macht mich gaga ach so äh äh geht aber weg hier digga ich hab das schießen verlernt er verpässt dich wo bist du ey ich hab das ziel komplett verlernt digga das ist doch nicht mehr das ist doch traurig hier meine fresse wie kann man so schlecht sein wie ich ok jetzt muss ich noch rüberspringen ähm muss ich nochmal an lauf iiii auch nö och ne pörse button geht doch noch einer ah klar alter er will jetzt haben wir diesmal getroffen das ist auch wieder ein schalter ja auch wieder schalter also musste auch wieder rüber gott wer findet den scheißdreck und jetzt ah ok wow momentchen mal kann das sein dass das die secrets sind hier kann man so schon rüberspringen jawoll aha awoi amerika ja lol ey oh wir haben alle secrets gefunden übrigens noch mehr zwei schalter und kann man nicht geschießen lege aber nicht durch zwei schalter ich denke mal ok das spiel hast mich das spiel hast du hast du hast ja auch ein drei schüsse für 1 und 8 fast verschwendung vor allen dingen schön bei der menge die ich verschwende kann man oder doch okay das ist jetzt ein bisschen ja genau okay das war der raum wo ich gerade dachte dass man oder wo ich gefragt habe dass man ob man da hoch kann boah nee jetzt wird er immer verschachtelter nein was mache ich denn alter man kann das machen ja hier zum glück schon rumlaufen ich hoffe das funktioniert auch er soll die ganze shotgun weg machen ja das kommt ach nee wo ich war ja unter Boah, leck mich halt Dankeschön Okay Ging glimpflich aus Ein bisschen Muni gibt es hier auch, das ist sehr schön Das war es, oder gibt es hier noch, ach jetzt gibt es Türen, okay Wow Ich dachte gerade, weil es da so dunkler war, dass es auch noch was ist, aber sicher Auch kein Secret, ach ja, wir haben ja schon alle Secrets Nach Secret suchen bringt also jetzt nichts mehr Sehr schön Die Map geht auch so lange genug Huh Ha Ah, viel gut Oh boah Hä Na 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 Schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich nicht Schade Warum reagieren die nicht auf uns? Okay Ach scheiße Was? Hä? Ähm Mami? Ah Loli, wenn er den Raum rein teleportiert, ist er nett Der auch? Hä? Oh, willst du mich verarschen? Na klar, die ersten beiden werden rein teleportiert, der dritte bleibt natürlich im Raum drinne Also hier in dem, in dem Gang, Gangkack, Arsch, Kanacken Klapp jetzt hier Klapp jetzt hier Alter, was? Dreck Okay, hier müssen jetzt zwei drinnen Ja, da sind sie auch schon So, wo ist der zweite? Hä? Nicht hier Na super, da wurde der Umfang aus den Teleportiert Das ist ja auch Ach, hier ist auch noch eine Tür Ähm Aber wir hatten auch das gleiche Und der kommt garantiert wieder raus Ja Boah, Alter Und die Fälle nicht wieder schießen Meine Güte Wie kann man so schlecht denn wie ich? Danke Dann Boah, der hat noch speichern hier Was? Hilfe Hilfe I don't like it Hallo What the fuck Ich muss ja auch erstmal schon nach rechts gehen, damit die Rakete schon ausweicht Boah Da kriegst du eins auf die Tüme Ja, zapp an, Mädel So, jetzt Arschgeburt Püüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Wer erfindet denn sowas? Oh, war klar. Oh, da wäre sogar so ein Ding gewesen. Habe ich sogar nicht wahrgenommen. Ebenfalls habe ich schon gesehen, aber... Habe ich gar nicht so viel wahrgenommen. Ähm, wie ist das noch ein Schalter? Na, war ja klar. Das ändert sich nichts. Die Frage ist, was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt hin? Hier hat sich nichts geändert. Ach, guck mal, was ist hier von her? So. Versuch mal wieder rauszugehen, ja? Oh Mann, geht doch. Oh, ich bin... Oh! Hä? Oh, wow. Okay, die Scheibe ist durch. Nice. Aus der Entferner kann ich ihn einfach so den Kopf abschießen? Ist ja geil. Äh, kann ich jetzt durchspringen? Okay, ich bin auf dem Weg. Ach du Kacke! Oh, leck mich doch. Nee, das muss ich einfach mit meinem Anwalt abquatschen. Oh, ich bin auf dem Weg. Oh, ich bin auf dem Weg. Okay, das ist das. Oh, ich bin auf dem Weg. Tocke, wow. Äh, ok, das ist ein Tür. Aaaaah! Klar, Specken. Oh ne, leck mich doch. Tschüss, bin noch weg. Oh Gott. Warum tut ich mir so was an? Oh, da kommt direkt her. Ok. Du hast es so gewollt, ja? Du willst was von mir? Fick dich! Oh Gott. Arschgeburt, alter. Moodle spielt auch schon wieder rum. Ich habe die Verbindung abgebrochen. Ok, drei Stück. Schnell! Oh, Alter. Ja, trapp an, Mädel! Ja, ja, komm. Noch einmal. Arschgeburt, du. Wer findet sowas? Ok, die kamen alle draußen in Plantpäcken wahrscheinlich. Was? Ach komm, ey. Ernsthaft jetzt. Oh, äh. Oh, gelbe Karte. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Was zur Hölle tue ich hier? Ach, da. Ich brauche mal die gelbe Karte, die da vorne liegt. Ok. Dann muss ich jetzt also... Also, ich muss jetzt einfach gucken, wie ich da rankomme. Ähm. Da. Ähm. Geht zum Schalter. Da gibt's Muni. Da gibt's Muni. Ich dachte, das sieht aus wie so'n Schalter, aber da kommt man ja nicht ran. Da muss also irgendwas sein, womit man dann an den Schalter rankommt. Ich versuche mal ins Wasser zu gehen. Vielleicht gibt's ja hier doch was sinnvolles. Wow. Äh, wow. Ja, es gibt Schmerzen. Das ist aber nett. Ne, kein Schalter, kann ich dann gar nichts. Ähm. Gut, ich geh nochmal zurück. Aber wir haben auch keine weiteren Schalter gefunden, kann das sein. Also, wir wissen es nicht, dass ich wüsste. Ja. Gut, wenn wir schon mal hier sind, können wir schon mal hier die ganzen Bulli-Dinger einsammeln. Yay. Ähm. Wo war jetzt die blaue Rüstung? Leck mich. Was? Was? Ich dachte schon, er kriegt mich, aber dafür ist er viel zu dumm gewesen. Wo war der jetzt die blaue Rüstung? Äh, hier auch nicht. Wo war ich hier? Boah, alter, wo war denn? Hier auch. Gott. Boah, ich weiß doch, dass ein Unfall oder Rüstung gerade war. Irgendein Secret, aber wo? Ach, klar. Ja, ja, ja. Wir sind hier vollkommen falsch. Wir sind hier vollkommen falsch. Wir sind hier vollkommen falsch. Das war doch bei dem Wasser unten. Bei dem ein Geheimraum da. Hier irgendwo. Ähm. Nein, aber das war die falsche Seite. Muss noch auszüben. Geh noch hinten. Bei dem Geheimraum. Irgendwie müssen die wir schon. Cool, dass der Geheimraum auch eingezeichnet ist hier. Tadaa. Da ist die blaue Rüstung. Yay. Nicey Daisy. Aber immer noch kein Schalter hier, um uns so zu sehen. Wir können gleich mal hier die ganze Bude auch noch mit einsammeln. Dann haben wir das auch gleich mit. Ähm. Anders als bei Vanilladoom kann man hier bis 300 stacken jeweils. Auch wenn ich es persönlich geil finden würde, wenn es man komplett open-end stacken könnte. Und ich war mir auch sicher unvergegen das. Oder war das bei Project Protality, wo man wirklich offenes Ende hat. Heißt also. Wie gesagt. Man konnte bei Project Protality glaube, da kann man ähm. Lalalala. Ja genau. Halt dieser top-end stacken halt also. Da kann man so viele Potions aufnehmen. Bis man halt 1000 Leben hat. Oder 1000 Rüstung. Ist schon ganz geil. Ja. Hier ist auch kein Schalter oder sowas. Ne ne. Da ist was. Ach so, ich mache hier. Wow. Arschloch. Okay. Dann gibt es bloß noch eine Rüstung. Eine Rüstung. Eine Lösung. Vielleicht. Ich guck mal ganz kurz. Ne. Doch. Ja holly molly. Ähm. Nein. Gut. Ne machen wir was anders. Hier gibt es Shotgun Munition. Dann machen wir das auch mal mit der Shotgun. Aha. Okay. So. Ah ne. Nehm ich mir mal noch nicht mit. Ich weiß gar nicht ob es noch weiter geht. Es sind noch. Boah. Noch sieben Gegner vor uns. Äh. Gut. Oha. Ah viel. Gut. Okay. Oha. Oha. Ja. Und da waren es nur noch fünf. Ach nö. Arschloch. So. Und noch ein Schalter. Ne. Es ist Exit. Ah. Es ist wirklich Exit. Okay. Halt. Nein. 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 Erstmal hier. Erstmal schön. Hier die. 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 Es ist keine Ahnung. Weil. Die. постumbleichen. Sie haben ja alle. Also, es ist nicht so. dudken könnte sie sich nicht. decay. nicht alle fall. ausgelöst haben. Okay. Haben wir. Holy moly! Oh mein Gott! Ich krieg mal von einem Revenance! Ah! Ja klar! Macht sich nie gleich, ich werde dich! Fight! Mist! Wolle, das hat gewonnen, das ist aber traurig. Na gut, okay. Ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, was war's? Dann sehen wir uns zu 14 Uhr mit dem nächsten Clicker Hero Cuck-Dings da wieder. In dem Sinne schauen wir mal auf. Schon wieder die Umstelltaste gedrückt, also hier die Feststelltaste. Na gut, jetzt aber schon mit V.